servus freunde der klemmbausteine herzlich willkommen zu einer neuen episode break news ja es gibt mal wieder neuigkeiten aus dem hause lego und zwar wurden drei neue sets angekündigt für den 17 april 2022 und die setzt die beziehen sich auf die themenreihe jurassic world das heißt wir bekommen drei neue sets im bereich der jurassic world reihe und zwar sind das die sets mit der nummer 76 950 76 951 und 76 956 diese drei sets wurden jetzt bisher angekündigt von lego da wird bestimmt auch noch mehr kommen das sind jetzt erstmal drei neuheiten für den 17 april also gar nicht mehr allzu lange hin noch ein bisschen mehr als zwei monate und ja die set sind in drei größen aufgeteilt sag ich mal wir fangen jetzt einfach mal mit dem kleinsten set an für 44 euro 99 also schon ein stolzer preis auf jeden fall liegt halt auf jeden fall am lizenzprodukt das trika tops angriff set mit einer teile anzahl von 210 teilen ab sieben jahren und ja wir haben hier ein paar sachen enthalten wir haben hier auf jeden fall zwei autos zwei gefährte enthalten wir haben hier einen dinosaurier mit dabei den ich spreche den namen dauernd falsch aus den trikera tops irgendwie so spricht man den namen glaube ich aus und ja dann haben wir noch vier weitere minifiguren sogar am start einmal die claire daring franklin web und guard und ja noch ein guard also zwei guards haben wir mit dabei ja auf jeden fall noch ein paar accessoires mit dabei paar kleinigkeiten ist auf jeden fall ganz nett ich finde das persönlichen preis von 44 euro 99 für ein set mit 210 teilen schon echt happig aber gut wir sind ja auch nichts mehr anderes von ego gewöhnt muss man sagen und ja das soll es also schon auch zu diesem set gewesen sein und wir machen direkt weiter mit dem nächsten set was ich euch vorstellen möchte das nächste set ist dann das set mit der nummer 76 951 pyro raptor und dilophosaurus transport für 44 euro 99 also auch preistechnisch das gleiche man hat hier ein paar mehr teile drin 254 teile 7 plus ist hier die altersempfehlung und ja hier ist zumindest finde ich vom aussehen her für das geld auf jeden fall ein bisschen mehr geboten muss ich ehrlich sagen weil wir haben hier so einen großen ja so einen großen roadie track sag ich mal mit drin ein gefährt was auch einen anhänger hinten mit drauf hat wir haben hier zwei dinos mit drin nämlich einmal den pyro raptor und daneben den dilophosaurus und ja ansonsten haben wir noch drei weitere minifiguren wir haben den eien malcom die ellie settler und einen guard mit drin eine weiblichen guard ja ist auf jeden fall ganz nett ist ganz niedlich ansonsten ja noch irgendwie so ein anderes kleines ja ich weiß nicht ob das eine funk schüssel ist eine satelliten schüssel irgendwie sowas in der art soll das glaube ich darstellen ansonsten ja gebäudetechnisch aber nicht viel mehr also das ist tatsächlich dann auch wieder ein set was ich eher dazu eignet wenn man wirklich schon irgendwie auch andere sets hat um das dann zu ergänzen und zu kombinieren so alleine als set ich weiß nicht was man davon halten soll aber ihr könnt euch natürlich gerne wie immer selbst euer bild davon machen und auch in die kommentare schreiben was ihr davon haltet dann kommen wir jetzt zum letzten set was ich euch vorstellen möchte das ist das 76 956 für eine uvp von 99 euro 99 also schon mal ordentlich teurer hat allerdings auch 1212 teile das set muss ich auch sagen finde ich persönlich richtig schön das ist nämlich auch ein 18 plus set es ist ein finde ich schönes set in der hinsicht dass das hier nicht so wirklich zum spielen ist sondern wirklich ein diorama und das finde ich tatsächlich auch sehr schön wir haben hier insgesamt zwar auch ein paar minifiguren wieder mit drin wir haben ja vier minifiguren drin zwei kinder und zwei erwachsene minifiguren und wir haben einen dinosaurier aus legosteinen gebaut ein umgedrehtes auto was auf dem kopf irgendwie so im schlamm im sand steckt wir haben hier daneben dann das vollständige auto und hier im hintergrund dann so diese zerrissene zerbrochene ja sicherheitszone das sicherheitsgitter gatter und das ist auf jeden fall echt cool nennt sich auch tierix breakout sieht man hier oben auf der verpackung auch und ja ich finde es echt ein schönes set das würde ich mir persönlich dann auch schon eher holen auch wenn es natürlich für 99 euro 99 ja deutlich teurer ist aber 1212 teile wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen sets wo nur so 200 teile drin sind dann bekommt man hier bei diesem set finde ich dann schon auf jeden fall mehr geboten ja das soll es dann für heute gewesen sein mit der heutigen episode break news ich hoffe dass euch die informationen gefallen haben dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao macht's gut und Bis zum nächsten Mal.